Ratgebergeld.at. Die Zukunft des Tradings beginnt hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Marktbericht hier bei Ratgebergeld.at am Montag, den 9. Januar 2023. 23, welcome back und auf ein spannendes Jahr 2023 und statistisch gesehen, ich habe da auch Folgewoche bereits einen Chart dazu für euch auch gepostet, ist es so, dass wir in ca. 50% der Fälle, wo der Markt, sprich der S&P um mehr als 15% in einem Jahr gefallen war, der Markt im Folgejahr auch wiederum gestiegen ist. Das heißt, wir hatten insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich 8 oder 9 Events, wo wir das in den letzten 70 Jahren so gehabt haben und in 50% der Fälle, darauf gab es ein positives Börsenjahr und in 50% der Fälle, darauf gab es ein negatives Börsenjahr. Das heißt, von der Statistik aus können wir also noch nicht ableiten, ob 2023 bereits wieder positiv werden wird oder nicht. Der Start ins neue Jahr sieht aber zumindest schon einmal auf Weekly Basis relativ solide aus. Wir haben natürlich nach wie vor einen ganz, ganz klar intakten Abwärtstrend. Wir haben also aktuell noch immer einen intakten Bärenmarkt, aber wir haben es bereits voriges Jahr besprochen, es gibt die Möglichkeit hier vielleicht den Trend zu ändern, wenn wir es schaffen können, hier ein höheres Pivot-Tief auszubilden, um dann hier vielleicht die Marke bei 4.100 nach oben zu nehmen und das wäre die Grundvoraussetzung, um hier überhaupt einmal daran denken zu können, dass wir aus dem Gröbsten rauskommen. Und das wäre dann meines Erachtens auch der Startschuss vielleicht für einen neuen Bullenmarkt, sofern es also dann hier nicht zu einem Fehlausbruch nach oben kommt. Ob es so bleibt oder nicht, werden wir sehen. Es ist natürlich jetzt gerade auch im Daily Chart eine sehr, sehr wichtige Gesamtsituation. Wir sind gerade dabei, hier diese letzte gebrochene Unterstützungslinie zu testen und wir werden sehen, ob die Bullen jetzt die Kraft haben, diese Marke bei 3.900 Indexpunkten wieder nach oben zu nehmen. Die Börsenampel ist nach wie vor auf gelb-rot, allerdings sollten wir die Marke bei 3.900 nach oben durchbrechen und die Rückeroberung des 20-Tage-Durchschnitts quasi bestätigen durch einen weiteren Schlusskurs nach oben, dann würde natürlich zumindest jetzt einmal vorübergehende Chance steigen, dass sich der Markt wieder diesem letzten Widerstandspunkt hier nähert. Und das wäre meines Erachtens auch der erste Punkt, wo ich dann meine persönliche Ampel wieder auf die grüne Seite hier geben werde. Also schauen wir mal an, ob der relativ positive Move, den wir hier am Freitag gehabt haben, ob sich also der dann hier im Laufe der Woche auch weiterhin hier vollziehen kann. Nasdaq ebenfalls relativ stark noch unter Druck, allerdings wichtige Unterstützung konnte hier gehalten werden. Der nächste ganz große Widerstand ist hier bei 280. Wir sehen also nach wie vor eine deutliche Underperformance, deutliche relative Schwäche seitens der Wachstumsaktien. Und ja, wenn wir gerade beim Thema Wachstum sind, da kommen dann diese Woche wieder entscheidende Impulse. Wir haben morgen die Rede von Jerome Powell, US-Notenbankchef und wir haben am Donnerstag dann auch die Konsumentenpreise, die natürlich auch wiederum einen relativ starken Einfluss darauf haben werden, wie es hier auf der Zinsfront weitergeht. Und apropos Zinsfront, da sieht es, wie gesagt, zumindest vorläufig wieder ein bisschen besser aus, nachdem also hier die Kurse der 20-jährigen Staatsanleihen hier von Mitte Dezember bis Ende Dezember relativ deutlich um 8-9% gefallen sind, sieht es hier zumindest nach der Bildung eines möglichen höheren Tiefs auch. Und auch das wäre natürlich jetzt gerade, was den Markt angeht, so ein bisschen die Grundvoraussetzungen für mehr. Also wir haben den letzten Support hier getestet, der wurde zum Widerstand, also technisch gesehen absolut schönes 1x1 mit dem Laufe der Folge Woche ein klares Kaufsignal, dass man eventuell mit einem Stop unter diesen Tiefen absichern kann. Aber wie gesagt, hier ein Push über 108, 109 würde zumindest oder im Finale dann natürlich über 110, würde relativ klar und deutlich anzeigen, dass also hier vielleicht schon wir uns langsam in Richtung dem Ende der Zinsspirale hier entgegenentwickeln. Und wir sehen es auch momentan, was den Ölpreis anbelangt, der ist derzeit relativ klar und deutlich unter Druck. Also hier haben wir den Gaspreis, der ist mittlerweile schon wieder auf die Tiefs unter das Vorkriegsniveau hier zurückgekehrt. Der Ölpreis mittlerweile auch relativ deutlich und klar unter Druck. Also da sind wir von Aufwärtstrends derzeit natürlich deutlich, deutlich weit entfernt. Und da sind natürlich auch eine Mitgründe, warum sich die Börsen momentan hier zumindest wieder relativ schön und klar entwickeln. Sehr spannend wird es natürlich dann auch im Januar in Richtung Mitte, Ende Januar. Wie sehen die Quartalsergebnisse aus? Wie sind die Ausblicke in Richtung Ende des Jahres für 2023 seitens der großen Unternehmen? Und viele gehen auch davon aus, dass diese Chip-Engpässe jetzt schon langsam auch ihr Ende finden werden. China hat wieder geöffnet. Ja, wir wissen, Pandemie ist dort natürlich wieder ein ausschlaggebender Punkt. Aber meines Erachtens ist das alles schon in den Kursen drinnen. Und auch das wird jetzt dann im März, April sich dann wieder ein bisschen lichten und dementsprechend wird sich dann die Lage dort dann auch mitunter wieder ein wenig verbessern. Ja, bei den Liquid Leadern haben wir einige sehr, sehr interessante Themen in den bereits auch vorige Woche besprochen. Wir haben ja gesagt, der Getränkehersteller sehr, sehr stark unterwegs sind. Ich muss auch dazu sagen, Monster ist momentan so mein absoluter Top-Favorite für den Start ins neue Jahr. Ich selber habe die Aktie schon in meinem längerfristigen Portfolio, also hier nicht im Day- und Swing-Portfolio, sondern in meinem längerfristigen Portfolio. Und ich gehe davon aus, wenn wir diese Marke bei 1.03 nehmen, dass wir dann sehr gute Chancen haben, hier weiter nach oben zu gehen. Wir haben auch den Bereich der Medizin-Aktien, Diagnostik-Aktien weiterhin relativ gut unterwegs. MedP ist hier momentan mein Favorite, habe ich auch momentan noch im Portfolio. Und ansonsten haben sich die beiden Aktien, die ich vorige Woche auch noch kurz vorgestellt habe, InMode und auch PEN hier wirklich sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Beide Aktien konnten also hier deutliche Zugewinne im Laufe der folgenden Woche hier umsetzen. Und das ist ein Sektor mit relativer Stärke, den wir bereits seit einiger Zeit hier auch mit auf der Uhr haben. Auch die Immobilienaktien, die wir Mitte Dezember als auffällige Liquid Leaders hier mit dazugenommen haben, haben sich sehr gut entwickelt. DR Horton hat hier zum Beispiel ein Kaufsignal abgeliefert, das mittlerweile mit mehr als 13 Prozent im Plus war. Sehr, sehr solide jetzt im Rahmen des doch recht starken Pullbacks an der Wall Street habe ich in einigen Börsenbriefen auch empfohlen. Und die entwickelt sich momentan wirklich unglaublich stark hier auch weiter in Richtung Norden. Und es kommen natürlich neue globale Lieder jetzt dazu. Wir haben natürlich mit dem Anstieg jetzt des Goldpreises in Richtung Norden 1840 war der entscheidende Impuls. In Richtung Norden haben wir die Goldaktie wieder mit auf der Kaufliste. Und für mich momentan die beste Goldaktie ist Alamos Gold, die auf charttechnischer Seite wirklich extrem stark unterwegs ist. Der einzige Aktie, die es geschafft hat, wo es der 150-Tage-Durchschnitt, die 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben durchbrochen hat. Beide längerfristigen gleitenden Durchschnitte zeigen deutlich nach oben, der 20er, der 50er etc. Einzige Problem natürlich nach wie vor bei den Goldaktien ist das Thema, dass sie wahnsinnig volatil sind. Dementsprechend muss man diesen Aktien auch immer wieder sehr, sehr viel Freiraum geben. Das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er dann hier zuschlagen möchte oder nicht. Und aktuell befinden wir uns auch, was die Goldaktien angeht, in einer leicht übergekauften Situation. Was nicht bedeutet, dass die Aktien nicht kurz- bis mittelfristig weiter deutlich steigen können. Aber natürlich mitunter ein bisschen eine schwierigere Gesamtsituation für neue Einstiege. Ansonsten haben wir auch die Retail-Schuhhersteller sehr, sehr stark unterwegs. Wir haben eine Footlocker, die sich extrem gut entwickeln konnte in den letzten beiden Handelswochen. Jetzt oben am Widerstand angekommen. Eine Deckers Outdoors mit möglichem Breakout hier raus aus dieser Konsolidierung in Richtung Norden. Und auch Croc sieht insgesamt nach wie vor weiterhin sehr, sehr stark aus. Das, wie gesagt, zum Update jetzt hier von den sogenannten Liquid-Leadern. Ja, und hier auf der linken Seite habt ihr auch die Top-10-Werte, die wir natürlich auch immer wieder anvisieren. Einfach mal ganz kurz durchschauen. Das sind meines Achtens immer so die Top-10-Werte aus den jeweiligen Top-Sektoren, die immer wieder dann auch sehr, sehr interessant sind für mögliche Kauf- oder Verkaufssignale. Nichtsdestotrotz, was wir nicht vergessen dürfen, ist, der Markt ist noch nicht in einem bestätigten Aufwärtstrend. Wir sind noch nicht mit der Börsenampel in der grünen Phase. Das bedeutet, dass wir jetzt noch ein bisschen zuwarten müssen, ob die Börsenampel wirklich tatsächlich wieder auf grün springt oder nicht. Und das ist dann meines Erachtens auch der wichtige Impuls, ob wir dann wieder hier im Swing-Trading verstärkt jetzt im Laufe dieser Woche aktiv werden oder eben nicht. Aber gehen wir einfach mal Schritt für Schritt die Top-10- oder Top-15-Werte jetzt einmal auf meiner Watchlist hier mal durch. Wir haben hier im Bereich der Auto-Parts, Sprich Autoteile. Alison, sehr, sehr interessant. Die hat also jetzt diesen Boden so halbwegs verteidigen können. Das sieht so ein bisschen nach möglichen Startschuss nach oben aus. Im Weekly-Chart, wunderschöner Schuss nach oben, Pullback. Ich würde sagen, über den Hoch der letzten beiden Wochen hätten wir also hier ein relativ deutliches und klares Kaufsignal, dass die Aktien dann wieder weiter nach oben bringen könnten. APO, Apollo Asset Management, auch mit einem super, super schönen Weekly-Chart. Zuletzt mit Breakout hier raus aus der Base, kommt zurück. Schöne Seitwärtskonsolidierung über dem Hoch der letzten zwei bis drei Wochen meines Erachtens. Ein ganz, ganz klares Kaufsignal. Dann haben wir ESO. Also wir haben generell gesehen, dass Retail im Laufe der folgenden Woche sehr, sehr gut unterwegs war. ESO ist ja mittlerweile schon auf neue Jahres- und Allzeithöchststände gestiegen. Da könnte ein Breakout über 54, 50 bis 55 hier durchaus wieder die längerfristige Aufwärtsbewegung hier weiter anspornen. Sieht sehr, sehr stark aus. ASRT ist eine aus dem Bereich Drug Manufacturing, auch ein sehr, sehr starker Sektor in den letzten paar Wochen gewesen. Und das Einzige, was mir hier nicht ganz gut gefällt bei der Aktie ist natürlich dieser enorme Run in Richtung Norden. Ein bisschen zu steil, ein bisschen zu schnell, aber wenn wir jetzt hier vielleicht im Laufe der nächsten paar Wochen dann nochmal konsolidieren sollten über der Marke von 4 und dann kriegen wir vielleicht einen Breakout, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant. Also vorerst einmal gebe ich diese Aktie auf die Fokusliste für neue Zukäufe natürlich jetzt einmal vorläufig im Laufe dieser Woche. Vorerst einmal noch nicht interessant. Folgewoche vorgestellt habe ich Ölaktien mit Champion X mit einem relativ deutlichen Kaufsignal oder auch Chevron jetzt mit einem möglichen Kaufsignal über 180. Allerdings haben wir jetzt zuvor gesehen, dass der Ölpreis nicht unbedingt jetzt einen Kauf in diesem Sektor jetzt favorisieren würde. Dementsprechend würde ich eher sagen, gebt euch die Aktie mit auf die Watchlist sehr, sehr gerne. Ich persönlich werde aber hier nicht aktiv werden, solange der Ölpreis nicht auf der steigenden Seite wieder zu finden ist und dementsprechend sehr, sehr interessant. Allerdings vorerst einmal für mich keine wirklichen Kaufsignale. 11 war eine der besten Aktien im Laufe des folgenden Jahres. Weekly Chart, mega, mega Oberhammer. Natürlich extremst überkauft momentan auf Wochenbasis. Auf Dailybasis sehen wir allerdings, dass wir hier nochmals einen sehr schönen Breakout nach oben hier erreichen konnten. Vielleicht kann ein Pullback in Richtung 57 ein mögliches Kaufsignal bieten im Laufe der Woche. Wichtig ist natürlich, dass das Tief der Breakout-Kerze hier nicht verletzt wird. Das wäre so ein erster Indikator dafür, dass wir einen möglichen Trendwechsel auch längerfristig bekommen würden. Aber vorerst einmal sieht es nach wie vor nach einem sehr soliden Chart aus. Enphase, großer Verlierer im Solarbereich. Hat mich persönlich sehr gewundert, aber die letzten Positionen haben wir hier oben in Richtung 320 bereits sehr erfolgreich verkauft. Eine gute Aktie im Laufe des folgenden Jahres. Hier trachte ich so ein bisschen auf einen Outside-Reversal. Wir haben also jetzt diese Unterstützung verletzt. Wenn wir also diese Unterstützung halten können, von hier aus wieder beginnen zu steigen, könnte ich mir durchaus vorstellen, hier wieder neue Positionen aufzubauen. First Solar ist momentan in einer sehr, sehr schönen und attraktiven Konsolidierung. Der wichtige Boden hier bei 144, 1445 hat gehalten. Im Weekly Chart haben wir gerade den 20-Wochen-Durchschnitt getestet und ein Breakout über die hochste letzten beiden Wochen. Wäre meines Erachtens ein relativ klares Kaufsignal. Inmode, da müssen wir vielleicht ein bisschen zuwarten auf eine halbwegs gute Konsolidierung. Wir haben eine große grüne Kerze mit viel Volumen. Die relative Stärke ist nach oben ausgebrochen. Ganz, ganz starker Chart, ganz, ganz starke Aktie. Aber momentan wäre es mir von einem Kauf mit einem Stop unter 35, 86 einfach ein bisschen too much. Vielleicht kriegen wir so ein Momentum-Setup, so ein 1, 2, 3 Setup. Könnte dann durchaus die Möglichkeit sein, um hier in diesem Wert dann vielleicht wieder aktiv zu werden. Chip-Werte waren so lala, haben sich im Laufe der folgenden Woche ein bisschen erholen können. Meines Erachtens eine der besten Aktien neben Rambus. Die sieht weiterhin sehr, sehr gut aus. Ist Latisse-Semiconductor. Wir konnten also jetzt im Weekly-Chart diesen Boden verteidigen und wir sehen auch im Weekly-Chart bereits ein Pivot-Tief, der sich jetzt hier gebildet hat. Das heißt, gute Chancen, dass vielleicht diese Aktie ein bisschen eine Führungsrolle im Laufe der nächsten paar Wochen hier übernehmen könnte. Monster haben wir bereits erörtert. Breakout über 103. Relativ klares Kaufsignal. Bisschen spekulativerer Wert, aber trotzdem auf der Biotech-Ebene einer der interessantesten Werte momentan ist nach wie vor PCVX. Wex-Site kämpft ein bisschen mit diesem Breakout. Breakout, Breakout nicht geschafft, Breakout, Breakout nicht geschafft. Aber nach wie vor sehen wir so ein bisschen eine Folge von höheren Tiefs. Sicherlich interessant. Schwierig hier einen guten Einstieg zu finden, aber nach wie vor eine Aktie, die wir uns im Laufe der Woche genauer anschauen werden. Penn, wie bereits zuvor erwähnt. Deutliches Kaufsignal hier am Freitag vielleicht mit ein bisschen wenig Volumen, aber vielleicht sind Pullbacks in Richtung 2,25 interessant, die man dann absichern könnte mit einem Stop unter dem Tief hier dieser Breakout-Kerze. PI auch wieder zurückgekehrt im Bereich der Chip-Aktien und gefällt mir auch im Weekly-Chart extrem gut. Also wunderschöner Run in Richtung Norden, sehr schöner Pullback zum 20er. Hier zuletzt auch Pullback zum 20er und dann Breakout hier raus aus dieser Bullenflagge und das war dieser entscheidende Impuls in Richtung Norden. Also das könnte auch eine sehr, sehr rasante Aufwärtsbewegung hier wieder in Takt setzen. Gefällt mir sehr gut. Dann von den europäischen Werten. KIA gehen momentan mit einem sehr interessanten Chart. Vielleicht ein bisschen Volatil dort und da mit ein bisschen heftigeren Rückschlägen, aber ich glaube ein nachhaltiger Breakout über 51 genau. Das könnte die Aktie dann wieder deutlich im Bohr heben. Sehr schönes Cup and Handle. Volumen könnte jetzt vielleicht ein bisschen noch zunehmen. Dann sieht das insgesamt auch sehr, sehr nice aus. Und dann noch eine Aktie aus dem Bereich Rental and Leasing. WSC, war da zuletzt sehr, sehr stark unterwegs mit einem Breakout in Richtung neue Allzeithochs. Auch da sehen wir im Weekly Chart wunderschöner Pullback zurück zu dieser Breakout Ebene. Breakout hat gut gehalten und da könnten wir eventuell im Laufe dieser Woche ein sehr, sehr schönes Kaufsignal erleben. Alles natürlich unter Vorbehalt, ob die Märkte eben auch hier wirklich zum einen einmal, das wäre für mich der erste Schritt in die richtige Richtung, die Marke bei 3.900 Indexpunkten auch wirklich mit ordentlich viel Volumen nehmen können. Oder ob wir jetzt vielleicht nur eine kleine Eintagsfliege am Freitag gesehen haben. Das werden wir im Laufe dieser Woche sehen. Achtet wie gesagt auf alle Fälle auf die Rede von Powell, morgen vor Börsenbeginn und dann eben auch am Donnerstag auf die Konsumentenpreise. Ich freue mich wieder on back am Trading Desk zu sein. Wir sehen uns wieder heute ab 15 Uhr im Chat von ratgebergeld.at